meine lieben schön dass ihr wieder dabei seid ihr habt mich gefragt wie es mir geht und daraufhin habe ich beschlossen euch ein bisschen mehr mitzunehmen denn ich schaffe es sonst einfach nicht mich so in ruhe vor die kamera zu setzen und deswegen möchte ich euch mitnehmen zu einem food hall denn ich habe da ein paar altbewährte und neue dinge entdeckt die ich dann mit euch auch sehr sehr gerne ausprobieren möchte also demnächst noch mal ein paar rezept videos und das ist quasi so ein video auf die schnelle und ich habe gar nicht mehr so viel speicher und deswegen mache ich das hier über die app und nutze da auch gerade diesen schönen speicher diesen schönen filter der mir ein bisschen freude bereitet und los geht denn die sachen müssen jetzt eigentlich in die kühlung und ja erzählt mir mal von dem ein oder anderem ob ihr schon kennt und das würde mich sehr interessieren wenn ihr da rezeptvorschläge habt ansonsten habe ich da auch schon ein zwei schöne ideen jäger schöne hausschlappen und wir versuchen so viel es geht plastik zu vermeiden und haben hier immer so ein paar shopper mit dabei und ja vieles ist natürlich immer noch verpackt aber shopper haben wir immer im auto diese hier ist übrigens von ikea die ist aus dem reformhaus finde ich auch total süß just friends mit dem kleinen schweinchen und in diese passen super gut so drei drei six packs von so kleinen wassern das ist genau die richtige menge dafür aber jetzt müssen wir mal schnell die sachen rausholen und ich switch jetzt mal zur anderen kamera und hoffe dass ich da noch genügend platz drin habe hier im übrigen schon rausgeholt aus einer anderen tasche habe ich die geröstete mandel ungesüßt von alpro die finde ich richtig gut dann den veganen haferdrink natur ich meine der ist auch fast ungesüßt und neu bei dm entdeckt das kokos wasser natur was mir ganz gut schmeckt jetzt auch als 75 milliliter natürlich 750 milliliter oder 0,75 liter also fast ein liter und ja weil ich mindestens ein bis zwei gläser kokoswasser am tag trinke um mich selbst zu befeuchten also um das was ich anderen immer predige selbst zu befolgen war eigentlich der gedanke dahinter und ich wasser und zu viel tee einfach manchmal nicht vertrage das läuft so durch und muss elendlich oft auf toilette habe ich das gefühl dass das kokoswasser einfach ein bisschen ja durch die mineralien und zusatzstoffe die noch enthalten sind auch bio verfügbar ist sozusagen ja i like i like und davon habe ich gleich zwei mitgenommen habe ich mich sehr 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 gefreut das zu entdecken dann als erstes die frischen sachen die sind jetzt aus dem bio laden deswegen auch schön und verpackt einmal brokkoli ein paar richtig schöne reife bananen die sind allerdings von rewe genauso wie diese super leckeren reifen es reifen avocados die muss ich einfach immer im haus haben und ebenfalls mitgenommen und das werde ich dann vielleicht auch mal kombinieren und euch zeigen und ihr seht nicht alles ist immer so wie man sich das gerne wünscht aber es geht auch um die schnelle verfügbarkeit ich habe da den väter mitgenommen und den ziegenkäse nicht in bioqualität und auch verpackt aber die sind beide super super lecker liebe ich ja sehr und dann hier auch noch mal der war gerade im angebot ja der milde ziegenkäse der ist super super lecker und mit dem tatsächlich koche ich auch sehr sehr gerne dann ja tofu ist immer im wocheneinkauf mit dabei ein bis zweimal die woche gibt es welchen beziehungsweise eben vegetarisch wir sind ja keine vegetarier oder veganer mein mann ist auf jeden fall fleisch und auch wurst ich esse nur sehr sehr selten und sehr ausgewähltes fleisch also maximal einmal im monat sage ich mal ein bis zweimal im monat und dann ja mache ich da immer ein paar alternativen teilweise dann auch für mich und ihn getrennt aber diesen tofu habe ich mitgenommen was ich schon mal mitgenommen habe und auch mit euch noch mal zusammen eins meiner aller allerliebsten rezepte eigentlich mein allererstes kochrezept umwandeln möchte das sind nämlich keine hähnchenspieße aber auch ein super leckeres hähnchengericht süßsauer und das möchte ich gerne mit diesen filetstücken hähnchen art aus bio soja machen und mit euch austesten ich habe es jetzt schon einmal so als quasi kleines geschnetzeltes gehabt das war ganz lecker und was mir ja bei diesen fertigprodukten quasi meistens nicht so gefällt dass da so viel kram mit noch zusätzlich dabei ist ich versuche es ja so clean und pur wie möglich zu halten aber ich sag mal sofort von der konsistenz schafft man das zum beispiel nicht mit so einem seiden tofu den kann man zwar scharf anbraten aber das möchte ich auf jeden fall mit dem rezept ausprobieren neu dazu gekommen ist beef free strips aus gemüse dieses ist ja noch so ein bisschen mit auf soja basis ich versuche ja auch hauptsächlich mich glutenfrei zu ernähren und findest du ein bisschen witzlos wenn in den quasi fleischersatz so betrachte ich das ganze gar nicht sondern als proteinquelle unheimlich viel ja weizenprotein drin steckt das versuche ich zu vermeiden und dies fand ich einen ganz interessanten ansatz und zwar ist das glaube ich hauptsächlich aus erbspüree wo sind hier die inhaltsstoffe nein also das ist dann so ein bisschen mehr wie rindfleisch genau erbsenmöhrenzwiebel trinkwasser erbsenprotein und so weiter sieht doch ganz gut aus und koriander und ingwer das kann ich dann wieder nur alleine testen weil mein mann kein ingwer verträgt aber das finde ich sieht richtig richtig gut aus und damit würde ich gerne mein zweites lieblingsgericht ausprobieren dass ich tatsächlich als zweites ja schon in jungen jahren gelernt habe zu kochen auch ein asiatisches ein etwas schärferes asiatisches gericht also da wollte ich euch auf jeden fall mitnehmen und werden die beiden schon mal ausprobiert hat ja der schreibt mir das bitte unten unbedingt in die kommentare und was eure lieblingsrezepte damit sind würde mich sehr sehr freuen und ich habe schon viel davon gehört ist jetzt sehr nass geworden hier im karton ja jackfrucht jacks fruchtfleisch würfel ja ist glaube ich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig da bin ich schon sehr sehr gespannt da mache ich dann auch auf jeden fall mit euch ein first impressions ja habe ich jetzt einfach mal so entdeckt das weiß ich gar nicht wie das aussieht wenn das quasi doch das ist glaube ich so hell und durchsichtig wenn man das frisch kauft aber das wollte ich jetzt auf jeden fall mal probieren was ich auch immer sehr sehr gerne mitnehme ist von rewe der bio limettensaft ein wunderbarer direktsaft ja und es ist einfach immer schön das im haus zu haben und das ist jetzt von rossmann in der bio die cranberries ich liebe cranberries macht die ihnen quasi auch sehr viele hauptgerichte rein ins couscous zum beispiel und diese sind nur mit apfelsaft konzentrat gesüßt findet man auch nicht überall es gibt noch welche mit ananas saft gesüßt sonst sind cranberries weil sie ja von haus aus sehr sauer sind oder säuerlich leider oft sehr sehr stark mit zucker versetzt das ist so ein halber fehl die habe ich schon öfters gekauft von vegan leben finde ich sehr sehr lustig vegane blaubeeren ich habe bisher noch keine blaubeertiere entdeckt meines erachtens sind immer vegan aber na gut ja und leider sind die auch mit zucker das habe ich erst später entdeckt aber ich habe da schon eine gute alternative gefunden keine blaubeeren sondern aronia beeren aus dem reformhaus aber hiervon habe ich jetzt noch ein backup und die werde ich auf jeden fall aus aufbrauchen und sie sind auch mega mega lecker also ja also probiert die sehr sehr gerne einmal aus und ich habe euch ja schon öfter die vegane schon auch von vegan leben die golden latte gezeigt das ist eben einfach ein kurkuma kokos und ingwer getränk dass man sich auch selbst zusammen mischen kann ich habe hier zum beispiel ingwerpulver und auch kurkuma abgefüllt in bioqualität das habe ich mir mit einer freundin geteilt und kann das dann selbst zusammenstellen aber ich finde es immer ganz praktisch ich habe das auch schon ein paar mal verschenkt und ja mix mir das dann immer mit der mandel oder mit der mandel oder hafermilch an und ja ein absoluter immun booster und ich wollte auf jeden fall noch mal ausprobieren die acai berien die haben ja auch einen sehr sehr hohen vitamin c und antioxidantien gehalt und traubenkernmehl sogar noch dabei hagebutte und azarola kirk ist glaube ich eines der höchsten vitamin c gehalte ich muss ein bisschen aufpassen mit der frucht zucker sowieso aber auch mit den frucht bestandteilen und den säuren teilweise ich muss mal sehen ob ich das vertrage ist natürlich auch ein mega immun booster habe ich sehr sehr gerne im haus und probiere ich auch gerne aus und habe natürlich auch und da steht schon woanders das cashew mousse und zwar dann nehme ich immer das auch total pure also das ungesüßte und das einfach nur cashew nüsse enthält wird leider auch immer teurer schon ähnlich wie das mandelmus aber selber machen ist auch gar nicht mal so schwer aber auch gar nicht mal so viel günstiger wenn man dann die nüsse auch wieder in bioqualität kauft ja und das war mein kleiner feiner haul mein kleiner feiner einkauf ich hoffe ihr hattet freude und ja ich bin schon gespannt von euch zu hören was davon auch in eurer einkaufszüttel landet oder demnächst ihr mal ausprobieren wollt ja und vielen dank fürs einschalten ich freue mich dass ihr dabei geblieben seid und hoffe natürlich ihr seid auch im nächsten video wieder mit dabei und freue mich ganz doll von euch zu hören ich hoffe es geht euch gut passt auf euch auf und alles alles liebe eure betti bei ganz ganz liebe grüße schreibt mir in die kommentare ich freue mich sehr von euch zu hören liebe grüße bye